Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level Per Day. Das heutige Level wurde uns eingesendet von Flam, 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 wie auch immer. Cave Railroad Red Coins Duty, kurz CR, R, CD. 1,60% Abschlussrate 4 erfahren, erfolgreich von 39 Leuten und ja, ich soll der nächste sein, der ist erfolgreich beendet. Cave Railroad Red Coins Duty, C, R, CD. Oh, Mario World, lalala. Was haben wir da? Nur ein Leben, ich wollte doch Level skippen. Ach man. Okay. Die Frage ist, brauchen wir hier die Red Coins? Oh. Das ist echt eine gute Frage. Brauche ich das oder nicht? Ich muss da hoch. Um da irgendwas zu bekommen. Also entweder muss ich da hoch. Ich bin mir gerade ganz schön unsicher, was hier abgeht. durch die Tür? Oder durch die Röhre? Ich schaue mal in die Röhre. Denn ich mag gerne Möhre. Bleib hier. Ich bin jetzt ernsthaft. Komm. Okay, wir brauchen einen anderen Rhythmus. Verdammt. Komm her, Yoshi. Komm her. Komm her. Komm her. Nein. Da wollte ich doch hin. Komm ich da noch hin? Nee. Nicht ohne meinen Yoshi. Okay. Aber wir meinen das jetzt am besten, ohne meinen Yoshi zu verlieren. Checkpoint. Komm ich so nicht lang. Ich gehe mal da durch. Ernsthaft? Ich gehe mal da durch. 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 Ich müsste einfach mal durch die Röhre gehen, oder? Oh, nein. Wow. Warum müssen sie immer Wiggler sein? Nein, ein Galumba. Will ich jetzt oder will ich jetzt nicht? Oh, Mann. Ich weiß jetzt schon. Tonk. Ich weiß jetzt schon nicht, wer das bereut hat. Aber hey. Ich will mir der Red Coin. Mir fehlt der Red Coin. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn brauche. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir den Red Coin jetzt irgendwo hinschieben? Danke. Moment. Jetzt weiß ich, wofür der P-Switch ist. Danke. Diese späte Erleuchtung. Okay. Wartet, halt, wartet. Wartet. Den nehmen wir mit. Und dann... Gehen wir da rein. Moment, nicht zu weit. Ich gehe da durch. Okay, wartet, 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 wartet. Geil gemacht mit dem Bonus Level. Hätte ich jetzt so ein Stachelhemm, wäre das geil. Ja gut, es muss aber auch ohne Red Coins gehen. Weil ansonsten würde das hier nämlich mit dem Bonus Teil nicht funktionieren. Ja, ja, ist klar. Mhm. Moment. Äh. Oh, ich habe eine Feder. Da fühle ich mich gleich federleicht. Stopp. So. Das machen wir aber mal anders. Brauche ich Bomben? Ja, ich brauche Bomben. Brauche Bomben. Danke. Oh mein Gott. Alter, da will ich nach oben. Warum? Weil ich es kann. Ich will da hoch. Okay, da gibt es nochmal eine Red Coin. Aber wie gesagt, die Red Coins... Oh, ich bin so doof. Ich hätte da ja auch so runtergekonnt. Es ist auch ohne Red Coins schaffbar. Es ist auch ohne Red Coins schaffbar. Muss es sein. Ansonsten kann das Level nicht beendet werden. Es geht nicht. Man muss ab dem Punkt, ab dem Checkpoint da... Muss es möglich sein. Dafür hat er irgendwo noch ein Geheimversteckchen gemacht. Das gilt es jetzt für mich zu finden. Weil... Wir kommen jetzt hier raus, ne? Merkt man dem Geist? Hier hat er irgendwas versteckt. Nein! Genau. Wunderbar. Oh, verdammt. Jetzt hat sich das erledigt mit dem Fliegen. Also wie gesagt, er hat hier irgendwo was versteckt. Und gut. Das ist ja das, was jetzt einen ein bisschen ärgern kann. Einfach mal vernichten. Wie gesagt, es muss hier irgendwo was geben. Anders geht das nicht. Das muss eigentlich jeder von uns Level-Creatoren wissen. Ernsthaft. Die Frage ist nur, wo hat das versteckt, ne? Habe ich mich jetzt hier echt ins Aus katapultiert? Das wäre natürlich uncool. Also es ist ja so, dass wenn man diese Coins sammelt. Man muss ja ein Level auch von dem Punkt aus da schaffen, ohne dass man alle Coins hat. Warum? Das ist jetzt gerade hier. Ah! Uha! Uha! Meier! Ich habe heute eine Wette, das könnte was mit den Jungs zu tun haben. Okay, wir machen es mal anders. Irgendwo ist hier der Key. Where is the Key? Nee, so schaffe ich es nicht. Okay. Wir fliegen mal. Komm, 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 komm. Nein! Das war so gut. Nein, nein, nein. Oh, warte mal. Den können wir nehmen. So, den mal nehmen wir. Zum Resetten. Nein, das war so gut. Ja. Uah, komm hoch, komm hoch, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Komm. Oh, ernsthaft? Oh, ernsthaft? Okay, hier muss ich jetzt echt hier verarschen. Okay, hier muss auch noch irgendwas sein. Da ist irgendwas. Oh, Mann. Da ist zum Beispiel einer. Aber nice, wie komme ich da hin? Oh, komm. Ich mach mit euch eine Wette. Ich hab nach oben gedrückt sogar. Der hat einen Duckjump gemacht und ich hab nach oben gedrückt. Das Ding will mich heute noch echt veräppeln, ja. Das Ding will mich heute noch echt veräppeln, ja. Hat das was mit dem Bubu zu tun? Hat das was mit dem Bubu zu tun? Und dann schreien sie jetzt hier den Epic-Fail? Ey, jetzt komm ich da gar nicht mehr lang. Doch, komm ich noch. warte mal. Wann meint's mir eigentlich so schwer? Weil mich das auch nicht weiterbringt. Kombe! Das ist der letzte Versuch? Oh, komm schon. Danke. Wer hat den hier irgendwo versteckt? Die Frage ist nur, wo? Ich hab Zeit, das heißt, ich kann jetzt zurückfliegen. Und versuchen, den noch irgendwo herzubekommen. Da ist er! Es ist ja eigentlich an sich ein geiles Level, muss ich ja sagen. Hm. Im Zweifel des Angeklagten heißt es, ne? Aber du kannst mir auch mal sagen, wo du die Brücke geschlagen hast. Ja, also wo du den Schlüssel versteckt hast. Ich würde mich darüber freuen. Ihr selber könnt es natürlich versuchen herauszufinden. Dafür steht das Level natürlich in der Videobeschreibung. Mit allen Pipapo, also Levelname und Link zum Mario und so weiter. Also Mario Bookmarker. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Troat Rhein. Tschüss, tschüss.